Oh, die ist noch nicht gerespawned. Oh. Dem Anderes geht auf für den Teleporter raus. Hier ist auf jeden Fall der dritte Kopf. Dann hätten wir es auch schon. Oh, fuck. What the? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Was macht die? What? Zwölf von den Dudes, man. Und eine Falle. Und eine Falle. Was? Das sind doch Figuren. Ja, gut möglich, dass man die Stiefel. Dass die Stiefel hier benutzt werden sollen. Damn. Hast du hier? Okay. Die linken Seite irgendwo. Hexen heißt das Spiel, Hexen. Nicht mal eine einzige Hexe ist drin. Das ist ein Hexer. Also, ich muss kurz mehr so vor. Ich stecke zu viel. Schaden, Mann. Ach, das ist der Fall gewesen. Alter, ist das dein Ernst? Ich muss auch mal nicht zählen, ja? Kann du mal hinschießt, trifft man ein. Warst du das? Hier ist offen. Lieb von euch. Das ging da draußen noch, Mann. Da ist der Kopf. Ha, ha, ha. Haben wir doch den Kopf. Ho, ho, ho. Können wir... Warte mal. Können wir jetzt schnell da wieder hinkommen? Secret... Oh no. Das nächste Mal, da müssen wir nochmal hin. Die einzige Möglichkeit, da wieder hinzukommen, ist... Den Abfluss dann lang zu laufen, oder? Ist das aber zu? Warum ist das zu? Ein anderes Level gewesen, oder? Ein anderes Level gewesen. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Da komm ich immer noch nicht rein, oder? Da will ich rein, Mann. Da will ich rein. Oh, da hinten geht's weiter. Guck mal. Oh! Hinter dem Ding, der hasse die ganze Zeit. Jetzt geht's ron. Jetzt kriegen die Gegner Stunk, Mann. Jetzt hab ich mal die Mega-Waffe. Jetzt kann ich. Ich werde da auch mit drei Bossen, ja. Wait. Ist hier lang. Äh. Reicht ihr das als mit einem Anzahl an Bossen? Aber Gegnern zumindest. Alter, die Waffe ist so gut. Wir sind einfach alle weg. Gott ist ja ganz gut. Ähm. Äh. Munition, aber. Cheese. Ist der Kopf? . committing zu werden. Was. Nichts? Es schreckt. Nichts. Nichts. Es sind nicht knapp. Arieux vor tun. Sigla! Espacier! Nein, mehr Bosse, okay. Oh Gott. Ist da überall ne Kwarzpflasche drin? Das finde ich gut. Das war ein guter Mann. Wow, Paul! Weiß nicht, was jetzt passiert ist. Irgendwas passiert? Habe ich jetzt was gemacht mit dem Schalter? Vielleicht ist Kevin Grabe jetzt oder so? Ich hab ja nichts, was ähnlich wie Zucker sein könnte. Was hat sich jetzt getan? Ich muss in die Mitte rein irgendwie. Nein, nein, nein. Aber ich weiß nicht, wie ich da in die Mitte reinkomme. Ja. 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 Ich weiß nicht so recht. Wait. Das da... Ich glaube nicht, dass das geht. Ach, geht aber. Das hilft ja nichts. Ne, das hilft nichts. Jetzt. Da sind Wände dazwischen. Hm. Ja. 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 Wait, the orb is not gone, wait a minute. The crypt is open, haha! Oh, I'll make it now. Whoa. Dumme Falle ist es auch noch. Na gut, ähm. Das bedeutet, wir müssen gucken, dass wir erstmal die Gegner töten. Warum leben die Gegner so lange? Ja. 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 Gucken wir mal die Lösung. So der Castlekir, oder? Ob ich den gebraucht? In dem anderen Level. Nice, volles Leben. So. Ich bin nicht hängen gekommen. Was ist da der Weg? Legen, überlegen, überlegen. Ach da, am Anfang dann. Ups, nicht danach. Da sind in der Tat Wege. Aber. Da auch. Wait. Dude. Really? Ich habe nicht gespeichert da drin? Na gut, man hat nicht. Ja, aber der ist wesentlich besser, auch wenn er ein paar dumme Szenen hat. Aber der ist um so viel besser als der letzte. Das ist ein bisschen besser. Ich muss aufpassen, da muss noch, einer muss noch Was gibt's denn nun denn? Und für's Icon of Defender? Wenn's Icon of Defender, hab ich mitgekriegt, ist, es gibt eine Unverwundbarkeit für ne Weile Vielleicht noch irgendwann gut Einigenswert Ich hab nicht gespeichert, oder? Nachdem ich... Nee, dann ist mir das auch geil. What the fuck? Ich muss da reingehen. Okay. 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 Gut, das ist nicht okay. Wait, what? Gut. 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 Die Tür interessiert mich auch. Das hat was mit da hinten zu tun. Okay. Nehm ich. Gut. Oh. Gut. 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 ein vollidiot bin ich ein gambler das gleiche hinaus ja okay da ist auch recht ich komme ich da rein ist jetzt ein bait oder kommt man zumindest aus dem rechten raus wieder boden kaputt haben boah nichts kaputt haben dann nicht hier komme ich auf der linken seite rein auf dem teleporter auf der rechten seite gehen wir mal dahin erstmal und gucken was da los ist ich weiß was da jetzt passiert wenn wir den schlüssel benutzen knopf der knopf macht jetzt mal wahrscheinlich geht draußen die tür auf so dass ich dorthin kann wo ich die ganze zeit hinwollte und die genau die tür geht auf ok hier 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 Wir sollten wieder Dings machen. Dude. Holy crap. Wenn ich das Spiel recht sehe, müsste das eigentlich das Ende vom Kapitel sein, oder?